Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 778 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Robert und ich haben den gleichen Sinn für Humor und wir lachen auch über die gleichen Dinge. Robert und ich haben den gleichen Sinn für Humor und wir lachen auch über die gleichen Dinge. Lies, was er geschrieben hat. Was soll ich darauf antworten? Lies, was er geschrieben hat. Was soll ich darauf antworten? Lies, was er geschrieben hat. Was soll ich darauf antworten? Ich habe die ganze Nacht an der Lösung des Problems gearbeitet. Ich habe die ganze Nacht an der Lösung des Problems gearbeitet. Ich habe die ganze Nacht an der Lösung des Problems gearbeitet. Was soll ich darauf antworten? Es war nicht gut. Ich muss es umschreiben. Es war nicht gut. Ich muss es umschreiben. Wo kann man hier Badminton spielen? Ich bringe Federball und Badmintonschläger mit. Vergiss nicht, während der Wanderung regelmäßig zu trinken. Vergiss nicht, während der Wanderung regelmäßig zu trinken. Zu gepflegten Händen gehören für viele Frauen auch lackierte Nägel. Zu gepflegten Händen gehören für viele Frauen auch lackierte Nägel. Zu gepflegten Händen gehören für viele Frauen auch lackierte Nägel. Der Junge hat viel Spaß in einer schlammigen Pfütze. Der Junge hat viel Spaß in einer schlammigen Pfütze. Der Junge hat viel Spaß in einer schlammigen Pfütze. Mit Stolz blicke ich auf das Ergebnis. Nach vielen Wochen Arbeit haben wir es geschafft. Mit Stolz blicke ich auf das Ergebnis. Nach vielen Wochen Arbeit haben wir es geschafft. Mit Stolz blicke ich auf das Ergebnis. Nach vielen Wochen Arbeit haben wir es geschafft. Hast du schon das Bewerbungsformular ausgefüllt? Hast du schon das Bewerbungsformular ausgefüllt? Hast du schon das Bewerbungsformular ausgefüllt? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Du hast es erkannt. Genau das ist die Lösung des Problems. Genau das ist die Lösung des Problems. Ich habe Wolfgang Weihnachten 2021 kennengelernt. Nach fünf Monaten haben wir geheiratet. Ich habe Wolfgang Weihnachten 2021 kennengelernt. Nach fünf Monaten haben wir geheiratet. Ich habe Wolfgang Weihnachten 2021 kennengelernt. Nach fünf Monaten haben wir geheiratet. Wir sollten hier mehr Blumen hinstellen. Sie werden sich gut verkaufen. Wir sollten hier mehr Blumen hinstellen. Sie werden sich gut verkaufen. Mir geht es nicht gut. Ich habe Bauchschmerzen. Mir geht es nicht gut. Ich habe Bauchschmerzen. In dieser Fabrik wird Zement hergestellt. In dieser Fabrik wird Zement hergestellt. Normalerweise kaufe ich Kleidung in meiner Lieblingsboutique im Stadtzentrum. Normalerweise kaufe ich Kleidung in meiner Lieblingsboutique im Stadtzentrum. In meinem Job ist es wichtig, immer gut gekleidet zu sein. In meinem Job ist es wichtig, immer gut gekleidet zu sein. Das Flugzeug ist vor einer Stunde gelandet. Ich bin auf dem Weg ins Hotel. Als Ärztin habe ich viel zu tun, aber einen anderen Beruf kann ich mir nicht vorstellen. Wir brauchen keinen Rasen mehr. Der Dachdecker deckt das Dach mit neuen Dachpfannen. Der Dachdecker deckt das Dach mit neuen Dachpfannen. Der Dachdecker deckt das Dach mit neuen Dachpfannen. Mama geht tagsüber arbeiten. Dann kümmere ich mich um meinen jüngeren Bruder. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin ein Lieblingsboutique. Ich bin ein Lieblingsboutique. Vielen Dank.